Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr Mädchen? Abonniert mich einfach. Wenn er allein ist oder wenn er keine Kinder bekommt. Er hatte Angst, dass er nie genug Geld haben würde, um für sich und seine zukünftige Familie zu sorgen. Tim beschloss, etwas gegen seine Angst zu tun. Er begann, sich mehr auf die Gegenwart zu konzentrieren und sich weniger Sorgen um die Zukunft zu machen. Tim kündigte seinen Job und begann, etwas zu tun, was er wirklich liebte. Er reiste um die Welt und lernte neue Orte und Kulturen kennen. Mit der Zeit lernte Tim, dass die Zukunft ungewiss ist und dass es in Ordnung ist, sich keine Sorgen zu machen. Tim erkannte, dass das Leben voller Überraschungen steckt und dass es wichtig ist, die Gegenwart zu genießen. Er lernte, dass es in Ordnung ist, Unsicherheiten und Unbekanntes zu akzeptieren und dass es besser ist, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, als sich ständig Sorgen um die Zukunft zu machen. Mit dieser neuen Einstellung begann Tim, sich um seine persönliche Entwicklung zu kümmern. Tim besuchte Kurse und Seminare, um seine Fähigkeiten zu verbessern und sich neues Wissen anzueignen. Er lernte, wie man ein Unternehmen gründet und führt und beschloss schließlich, seinen Traum zu verwirklichen und sein eigenes IT-Unternehmen zu gründen. Mit viel Fleiß und Ausdauer gelang es Tim, sein Unternehmen erfolgreich zu etablieren. Er hatte nun eine Karriere, die ihm Erfüllung und finanzielle Sicherheit bot. Tim hatte auch gelernt, in unsicheren Zeiten flexibel zu bleiben und schnell auf Veränderungen zu reagieren. Eines Tages lernte Tim eine wunderbare Frau kennen und beschloss, sie zu heiraten. Sie gründeten eine Familie und bekamen Kinder, die sein Leben noch erfüllter machten. Tim war sehr froh für seine Angst vor der Zukunft, denn sie hatte ihn dazu gebracht, sein Leben zu ändern und seine Träume zu verwirklichen. Er hatte gelernt, dass Angst manchmal nur ein Hindernis ist, das man überwinden muss, um erfolgreich zu sein und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Mit dem Erfolg und der finanziellen Sicherheit, die er durch sein Unternehmen erlangt hatte, beschloss Tim, seine Erfolgsgeschichte mit anderen zu teilen. Tim verkaufte sein Unternehmen und gründete einen sozialen Verein, der sich der Unterstützung benachteiligter Kinder widmete. Der Verein bot eine Vielzahl von Programmen und Aktivitäten an, die Kinder dazu inspirieren sollten, ihre Träume zu verfolgen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Tim und sein Team arbeiteten hart, um den Kindern die Ressourcen und die Unterstützung zu geben, die sie brauchten, um erfolgreich zu sein. Er reiste viel und besuchte viele verschiedene Orte, um die Arbeit der Organisation zu unterstützen und zu dokumentieren. Tim nahm seine Erfahrungen mit benachteiligten Kindern auf Video auf und lud sie auf YouTube hoch. Er wollte andere inspirieren, sich ebenfalls sozial zu engagieren und die positiven Veränderungen, die er sah, mit der Welt zu teilen. Seine Videos wurden schnell populär und er hatte eine große Fanggemeinde, die ihm folgte und sich von seinen Geschichten und Erfahrungen inspirieren ließ. Er nutzte die Plattform auch, um Spenden für den Verein zu sammeln und mehr Menschen für seine Arbeit zu begeistern. Die Popularität seiner Videos auf YouTube ermöglichte es Tim schließlich, seinen Lebensunterhalt selbst zu finanzieren und sich voll und ganz auf die Arbeit des Vereins zu konzentrieren. Er konnte sich auf die Organisation von Programmen und Aktivitäten für benachteiligte Kinder konzentrieren, ohne sich um seine eigene Finanzierung sorgen zu müssen. Mit einer soliden finanziellen Basis und immer mehr Unterstützung durch Tims YouTube-Präsenz konnte der Verein seine Arbeit ausweiten und noch mehr Kinder erreichen. Tims Videos inspirierten viele Menschen, sich aktiv für soziale Gerechtigkeit und die Unterstützung benachteiligter Kinder einzusetzen und halfen, das Bewusstsein für diese Themen zu schärfen. Er hatte seine Leidenschaft gefunden und seine Fähigkeiten genutzt, um etwas in der Welt zu verändern, und es war ihm gelungen, seine Arbeit durch die Kraft der sozialen Medien und der Online-Präsenz zu verbreiten. Im Laufe der Zeit sind viele der Kinder, die von Tims Verein unterstützt wurden, zu erfolgreichen und glücklichen Erwachsenen geworden. Sie dankten Tim für alles, was er für sie getan hatte, und dafür, dass er ihnen geholfen hatte, ihre Träume zu verwirklichen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Einige von ihnen beschlossen sogar, in Tims Fußstapfen zu treten und sich aktiv für soziale Gerechtigkeit und die Unterstützung benachteiligter Kinder einzusetzen. Ich bin dein Vater. I lo-lo-lo-lo-lo-lo-love you, ooh. I lo-lo-lo-lo-lo-love you, yes I do.